Musik Johanna, was machst du gerade? Ich schaue mir gerade noch mal die Umfrage an. Für unseren schönen Rheinland-Witschweiterabend. Ob alles auch funktioniert. Musik Ich freue mich auf vier super Pitches von tollen Finalisten. Und bin gespannt, was die so machen. Und wie sie sich verbessert haben im Vergleich zu letzter Woche. Musik Macht auf jeden Fall Sinn. Heute mache ich Fotos. Wie immer. Halte mich im Hintergrund bereit für den Schnappschuss. Genau. Lass mich heute auf den Kicker, ne? Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle wieder da sein heute Abend. Ich glaube mittlerweile sind wir am sechsten Rheinland-Pitch. Musik Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Auch dieses Mal wieder total überraschend mit einer Kinder-App, beziehungsweise mit einer Idee für Kinder zu gewinnen. Aber auch das bestärkt uns nur in unserem Vorhaben, dass wir auf der richtigen Spur sind, dass wir ein gutes Produkt haben, dass wir ein tolles Team haben. Wir haben letzte Woche gelernt, dass eben nicht nur die Idee, sondern auch das Team insbesondere zählt. Und vielen Dank für das Vertrauen. Wir machen weiter so. Und vielleicht können wir ja in zwei, drei, fünf, zehn Jahren hier was von uns haben. Würde mich freuen. Applaus Alles wundervoll. Es waren sehr gute Pitches. Die Kinder haben gewonnen. Genau. Wir sind zufrieden. Und glücklich. Wir sind schon allein. Wir sind im Jahr f pross. Vielen Dank.